Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 8184. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Die aufmunternden Worte Ihres Mentors stärken Ihre Zuversicht. Die aufmunternden Worte Ihres Mentors stärken Ihre Zuversicht. Susanne geht es wieder gut. Die Lungenentzündung ist komplett ausgeheilt. Susanne geht es wieder gut. Die Lungenentzündung ist komplett ausgeheilt. Susanne geht es wieder gut. Die Lungenentzündung ist komplett ausgeheilt. Wir gehen jetzt gemeinsam in den Saal und erklären den Investoren unser Konzept. Schach ist das beliebteste Brettspiel in Europa. Es liegt vor Dame, Mühle und Halmer. Schach ist das beliebteste Brettspiel in Europa. Es liegt vor Dame, Mühle und Halmer. Kreativität ist der Schlüssel zur Entfaltung unseres inneren Potenzials. Kreativität ist der Schlüssel zur Entfaltung unseres inneren Potenzials. Kreativität ist der Schlüssel zur Entfaltung unseres inneren Potenzials. Ich kümmere mich sofort um dein Anliegen, nachdem ich alle E-Mails gelesen habe. Ich kümmere mich sofort um dein Anliegen, nachdem ich alle E-Mails gelesen habe. Öffne deine Augen und schau dir die Dinge genau an, dann wirst du auch Erfolg haben. Öffne deine Augen und schau dir die Dinge genau an, dann wirst du auch Erfolg haben. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like.